Hey, was geht denn jetzt ab? Hallo! Leute, geht's noch? Ich wollte mein Pferd anbinden, ihr Vollpfosten! Was war denn das für eine Schwachsinsaktion gerade? Hä? Hey, hey, hey! Hey! I need some help! I don't know what this place will, but sense of direction. Hey, hey, hey! It ain't good. Hey, where's the train station? Going around in circles here. Head on that way, you'll find it. You are a gentleman, sir. Ich was? The Yankee ship came down the river and blow, boys, blow. Äh, ja. Genau. So, mal schauen. Letztes Mal haben sie mich ja hier angegriffen, weil ich mein Pferd anbinden wollte. So? Hey, there. Morning, mister. Blow, boys, blow. Oh, Bertram, police! No! Bertram, say no! Oh, that's nice. That's very nice. Friends for life, we said. And now the two of you have betrayed me at once. Do you know what betrayal means, Bertram? No. It means hurting, Miss Marjorie. Well, I thought you liked me. I love you, I forget you. Bertram doesn't like Miss Marjorie. Yes. And Miss Marjorie likes Bertram. So why don't you go and tell me where that nasty little Magnifico has run off to so I can get on with weapon that's not nose right into shape. He owes me. He owes us. Big time. Bertram and Marjorie. Bertram like a sherry. Bertram like sherry. Bertram like sherry. Yes, he does. Barkeep sherry. Make it the cheapest one you have. Rap piss will do. It's pretty dance. Wo kann ich jetzt immer auch nicht mit der sprechen? Hallo? Schau mich an, Mädel. Vielleicht kann ich da mit dir reden. Everything okay? Imagine saving people. Taking them to your breast. Metaphorically I mean. Like a mother. Carrying and raising them. And then they go and stab you in the back. Have you ever betrayed a close friend? I hope not. Treachery. And these are sad, low, unlovable people. And I made them stars. Dreamers. Entertainers. And they- Oh no, now family's not enough. No. No. He's gone off alone. My little tiny magician has gone and stabbed his mama in the back. Oh fuckity. No! Bertram! Bertram! Woof! Bertram! Put the nice man down! Don't do something! You'll eat him! Um. Uh. Easy there. Uh. Easy there! Uh. Sherry! Bertram! Easy big guy. Bad Bertram! It's insane. Do they have lost? Mein Hut! Ich sehe meinen Hut! Yes, well, if he were your friend, he'd be here, wouldn't he? He wouldn't have abandoned us. Oh, you wouldn't have gotten that whoopsie, would you? Whoopsie heart. I know. Mama's gonna make it all better. But first, you gotta tell me where that little worm ran off to, hmm? The Bertram promise. Yes, well, Magnifico made a promise, too, huh? He made more than a promise. He made a contract and he broke it. So, you just tell me exactly where he is and then we will all be even. That's my boy. He's capping in the woods. Why didn't you tell me in the first place? You just apologized to these men. I'm sorry. I'm sorry. You gave me a whoopsie. Hey, stay away from that Sherry now, you know. Bertram likes Sherry. Oh, don't you get him started. Thank you for all of your help, Mr. Stranger. If you see that slippery little fella sleeping rough out there, would you just make a little racket and then we'll come along and we'll find you? I could try. Oh, his name is Magnifico. So, you'll know him when you see him. Come along, Bertram. Okay. Okay. So, ich möchte gerne erstmal meinen Hut wieder haben hier. Good morning. Kann ich jetzt das Bier nicht zu Ende trinken? Was ist das denn für eine Sauerei? Ich hab das bestellt. Ich hab bezahlt und kann's nicht zu Ende trinken. Bestellung. Ja, ich suche noch eins. Ist immer nur 25 Dollar, okay. So, eine Belohnung in Höhe von 25 Dollar wird ausgesetzt. Für die... Ja, gesucht... Steht jetzt nichts von... Achso, hier. Lebendig auszuliefern in verhörfähigem Zustand. Okay. Ja. Gattenmord. Oh. Schick, schick. Also, nicht schick, aber... Okay, da ist nichts auf der Rückseite. Chambaland, irgendwas. Chambaland Falls. Lass uns mal gucken, wo das ist. Da. Chambaland Falls. Und da wird sie wohl sein, nehme ich mal an. Ja, genau. Ist gar nicht so weit weg. Ähm... Achso, ja genau, das Gebiet ist da unten. Ich muss echt mal gucken, was es mit dem M ja eigentlich auf sich hat. Ach, das war der, der aus dem Gefängnis rausgeholt werden muss. Ah, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Aber das müssen wir erstmal... Das lassen wir erstmal hier drin. Ach, Junge, da steht das da drauf. Ich verfolge sie bis in die Hölle. Natürlich, Sheriff. Ah, da. Oh, ein Moment. Ich muss meinen Dead einmal eben aufladen. Ich muss meinen Dead einmal aufladen. Ich muss meinen Dead einmal aufladen. Ich sehe eine Nachbarn. Frau Schwann, Sie möchten mit mir kommen? Elianne, ich bin sorry, aber ich... Ich werde dich mit Teller machen. What kind of man are you? Cuny! Now stay there! You are a piece of work. Yes! Yes! Uh, okay. Ich muss dich noch mal eben hindigen. So, ich glaube, du kommst da jetzt eh nicht mehr raus, ne? Das sind ja noch irgendwelche Sachen, die ich nehmen kann. Abgegriffener Kettelmann. Naja, okay. Da war gerade was mitnehmen. Was war da gerade mitnehmen? Ah, Käse? Ah, Käse? Dosenlachs. Dosenlachs, das ist schön. Und ein Apfel. So, dann kommt dieses Biesti etwas jetzt auch wieder mit uns mit. Aua. Ich wusste ja nicht, dass es da so rutschig ist. Komm, Prinz. Kann ich das so? Nee, kann ich nicht. Komm, du musst noch ein bisschen mitkommen. Kommst du mir jetzt mal ein bisschen hinterher hier? Boah, Prinz. Echt. Ich kann das so nicht verstauen. Ja, damit ist das Feld dann weg. Das ist natürlich blöd. Steigt der jetzt auf, oder was macht der jetzt hier? So, kann ich denn hier wieder nochmal hoch? Ähm, wie soweit sie gesund hat, gerade ein bisschen runter. Hallo. Wenn ich nach rechts klicke, sollst du nach rechts laufen, nicht nach links. So, dann können wir jetzt wieder zurück. Oh, Mann. Oh, Mann. Was kam über mich? Nein, du hast mich angegriffen mit einem Messer. Ich glaub dir kein Wort. Das stimmt. Ich habe eine Krankheit. Ein Fieber des Gehirns. Ich habe das Schäuze gemacht, aber... Ein Gehirn? Ein Gehirn ist nicht woher ich bin. Ein Sanatorium, vielleicht. Gib mir Hilfe. Herr, bitte? Geh mir. Geh mir aus dem Sheriff. Die gehen mir echt auf den Sack. Tut mir leid. Tja, er hätte sie vorher einsuchen sollen. So ein Ehrenmann wie mich. Das ist nicht woher ich bin. Alle aus dem Weg, bitte. Eilige Lieferung für den Sheriff. Geh mir aus dem Weg, ich will hier anbinden. Geh mir aus dem Weg, ich will hier anbinden. Hallo. Warum drücke ich den R durch, wenn du sie nicht runternimmst? Da ist er. Okay. Okay, mache ich doch gerne. Dankeschön. Ja, ja. Das ist gut, das ist sehr gut. So, Schätzelein, du hast es auch sehr gut gemacht.